Hier ist meine Vision. Ich sehe ein Festival, das niemals endet. Bei dem man sein kann, was auch immer man will. Das ist nicht mehr der Urlaub deiner Träume. Das ist das Leben deiner Träume. Das ist das Horizon, das ich sehe. Ich zeige es dir. Willkommen im Herbst zu einem neuen Anfang für das Festival, das niemals endet. Bleibt dran, denn Horizon bleibt euch erhalten. Und somit herzlich willkommen zum Forza Horizon 4 Teil. Und zwar jetzt wirklich zum offiziellen, nicht nur zu der Demo. Und es ist so geil einfach, dass ich jetzt losgehe. Ich hätte schon gern viel früher gespielt. Also diese, warte mal, was hat es da gegeben? Eine Presseversion, so. Die haben eine Woche vorher spielen dürfen. Wie geil wäre das gewesen? Aber, ja. Da müsst ihr uns einfach fleißig unterstützen. Und vielleicht wird es nächstes Jahr was damit. Vielleicht schaffen wir das ja. Wie gesagt, jetzt im ersten Teil werde ich nur das spielen, das ihr bereits aus der Demo kennt. Also danach werde ich die neue Folge anfangen. Also für die, die es nicht sehen wollen, kann ich sagen, schon Zeit bei der zweiten Folge. Weil in der ersten Folge jetzt wird nur das gleiche kommen, wie in der Demo. Also bis zum ersten Hauskauf werde ich jetzt spielen. Und dann sehen wir uns nachher wieder. In der zweiten Folge. Und da wird das Ganze erst so richtig angehen. Höchstens jetzt wohl zu wissen, welches Auto, das ich nehme, als erstes Auto. Aber ich glaube, das habe ich auch schon in der Folge gesagt. Was ich nehmen würde, wenn das Spiel heraus ist. Ja. Und. Dann gibt es eigentlich von dem her nicht mehr viel zu sagen. Und jetzt starten wir einmal in das Spiel rein. Also wie. Ah ja. Was ich noch dazu sagen will. Also jetzt. Muss ich einmal einen Prolog durchspielen. Also es gibt keine wechselnden Jahreszeiten. Also die wechseln jetzt viel schneller bei mir. Normalerweise eine Woche, eine Jahreszeit. Und. Ja. Dann nachher geht es weiter mit. Sommer glaube ich. Sommer ist diese Woche angesagt. Was ich so weit weiß. Also nächste Woche. Oder na. Ich habe ja auch einen. Ich habe ja auch. Ich spiele ja auch früher jetzt. Weil ich habe es ja vorbestellt, das Spiel. Ich weiß gar nicht. Wann die anderen dann spielen können. Aber ich glaube dann müsste Sommer aufhauen. Das Ganze. Schauen wir mal wie es ist. Vielleicht geht es eh nächste Woche los mit Sommer. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ja ich bin einfach noch immer voll überwältigt von der Grafik. Aber jetzt werden wir gleich einmal die ganze Phase den. Oh man sieht sogar das Wetter. Wahnsinn. So. Schwierigkeitseinstellung. Da machen wir wieder ans unterdings. ABS an. Lenkung. Simulation an. Traktionskontrolle aus. Handschaltung aus. Kosmetisch passt. Akzeptieren. Gut Gameplay. Das passt eh alles so glaube ich. Wurscht. Das passt schon so. Namensauswahl. Manuel. Hier perfekt. Alles übernommen vom vorigen Teil. Wenn man vielleicht im Hintergrund hört, bin ich ein bisschen kränklich. Aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, gleich mal Vorsorgeheißen zu spielen. Auf das Spiel habe ich wirklich schon sehr lange gewartet. Und die letzte Zeit war jetzt wirklich extrem scheiße. Vor allem wie die anderen die Presseversion schon gespielt haben. Also der Ray von den Pixelhelden und der Lukas von LPN05. Das war wirklich sehr kacke. Wenn man nur einfach zuschauen hat können und nicht selber spielen endlich. Aber jetzt ist es ja soweit. Also jetzt werden täglich. Warten wir mal wie viel. Täglich zwei bis drei Folgen kommen. Sag ich mal. Und mir kommt es gerade, dass wir einen Tunnel geschafft haben. Ein Wahnsinn. Aber wir müssen da um mich. Eiei, das habe ich natürlich nicht bedacht. Täglich zwei bis drei Folgen kommen. Ja. Sollte es sich ausgehen. Wenn einmal nur eine kommt, bringt es mich auch bitte nicht um. Bei jetzt am Wochenende bin ich... Oh, wow. Jetzt am Sonntag bin ich bei einem... Bei einer Drift-Weltmeisterschaft. Also muss ich jetzt alles vorab aufnehmen. Heute am Freitag und am Samstag. Aber das wird schon klappen, würde ich mal sagen. Das ist es, Verizon. Wir starten die Sommersaison mit den besten Rennen aller Zeiten. Steuert auf Verizon zu und trete das Gaspedal durch. Wenn du rechts hier bist, gewinnt also los. Aber ich bin noch immer der Überlegung, ob man die... Die Sommersaison-Bewegenschätze, wir haben nicht an einer Zeit. Wie freuen Sie es, du bist selbst? Die Bewegungsunschärfe machen soll. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Was sie es von der Bewegungsunschärfe hält. Also die ist jetzt auf kurz eingestellt. Ich weiß nicht, ob es... Oh, verdammt. Ob es lassen soll, so. Ich meine, ich werde sehen im Video, wie das rüberkommt. Weil vielleicht sagt YouTube dazu nein. Weil ich habe schon gehört, von denen, was die Presseversion haben, dass YouTube und Forza Horizon 4 vertragen sich nicht so irgendwie. Wegen der Aufnahme. Allerdings weiß ich nicht, ob da jetzt die interne Aufnahme damit gemeint ist. Also wenn man direkt über den Xbox... Was weiß ich, wie das heißt. Aufnimmt. Weil ich nehme ja mit Shadowplay auf. Also jetzt heißt es ja nicht mehr Shadowplay. Jetzt heißt es ja... Nvidia Share, so. Mit dem nehme ich auf. Ja. Schauen wir, ob es da auch Probleme gibt. Das erste wäre mal geschafft. Danke für den Erfolg. Tolle Vorstellung. Ich gebe mein Bestes. Sind alle da? Yep. Alle da, Boss. Und bereit. Super. Okay. Ist Manuel hier? Er ist natürlich hier. Wir nehmen wieder diesen Charakter. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Kira, die Festivalmanagerin. Du hast bei unseren Talent-Scouts wohl echt Eindruck gemacht. Das sieht nach einem ernsten Anwärter auf einem Platz im Kader aus. Rebecca ist ein ehemaliger Champion. Sie hilft mir bei der Leitung der Horizon-Straßenrenn-Serie. Aufgeregt? Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag bei Horizon. Ist etwas surreal, was? Ich lasse euch zweimal das erste Rennen vorbereiten. Viel Glück. Also schön. Setzen wir dich in das Steuer. Welches soll es sein? Also, die, die in dem aufgepasst haben, oder vielleicht einfach nur so, werden wissen, dass ich mich für den Fokus entscheide. Einfach zwecks Tuning-Maßnahmen habe ich mich dafür entschieden. Okay, jetzt ist dein individuelles Nummernschild dran. Na los, lass deiner Kreativität freien Lauf. So. Es. K. Die roten Punkte. Sie. 100. Ein O ist ein Nuller, nämlich auch. Komisch, aber wahr. Verdammt, jetzt haben wir hinten ja auch noch Punkte. Nein! Egal. Du möchtest bestimmt ein Gefühl für dein neues Auto bekommen. Also habe ich dich für ein paar Veranstaltungen angemeldet. Wir sehen uns da. Dann fahren wir das gleich. Wobei, betreten wir das Festival und enden gar die Nummerntafel. Nummernschilder. Oder wie viel Geld haben wir hatten? Theoretisch müssen... Achso, wir haben noch gar nichts freigeschalten. Okay. Okay, theoretisch müssen wir nämlich vom Forza Hub 100.000 bekommen, glaube ich. In 200 Metern hast du dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht. Starten! Willkommen bei der Horizon Straßenrenn-Serie. Schlag dich hier gut und du wirst zu weiteren Veranstaltungen eingeladen. Schlag dich da gut und irgendwann finde ich vielleicht sogar einen Platz im Kader für dich. Das wäre aber sehr schön von dir, Rebecca. Und hier rechts seht ihr das Auto, das ihr beim Winter bekommt, glaube ich. Den Honda Civic Type A. Also für alle, die es unklar war, ob der jetzt wirklich reinkommt, weil am Start ist er ja nicht drinnen. Ja, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Genauso wie der 911 GT3 AS. Ja, irgendein Estner. Und... Irgendwas war es noch. Egal. Egal, egal. Vor uns, vor der Äther, Lukas. Komm schon, Gas. Komm, der alte Fokus kann doch nicht so schnell sein wie der neue. Ich sollte mich mehr aufs Fahren konzentrieren. Erst, was ist denn los mit mir? Das ein Leck verhauten, müssen wir dringend mit einem Riftfahrwerk verbessern. Na. Serienautos sind immer kacke. Fast immer kacke, sagen wir so. Sonst kommen schon wieder in die Kommentare die ganze... Mimimimim, da war das Auto. Aber ich sehe schon, dass du Potenzial hast. Mach weiter so und ich werde dafür sorgen, dass du in die nächste Runde der Serie eingeladen wirst. Danke. Sehr nett von dir, Rebecca. Anna. Danke, sehr nett von dir. Aber ich kann es euch jetzt schon sagen. Ich glaube, der Radio ist zu laut. Da sagt YouTube, macht mir da einen fetten Strich durch die Rechnung. Deswegen werden wir das ganz leise drehen. Schauen wir mal. 21 Grad schon. Ja, das geht schon wieder nicht. Was hat's da? Immer wenn ich in Radiosender wechsle, kann ich dann mal auf Start drücken. Das müssen wir dringend klären. Aber egal. PassArena ist eh nicht so schlecht. Aber die Frage ist, ob wir überall hinkommen. Nein, ich glaube nämlich nicht. Dann werde ich wohl einen Neustart machen müssen. Habe ich so das blöde Gefühl. Wobei, da können wir es eh auch einstellen. Machen wir trotzdem in Streamer-Modus ein. Probieren wir den einmal aus. Start rein. Los geht's. Das Rennen gewinnt man. Einfach weil ich zu versichtlich bin. Komm schon, Fokus. Du blaue Rennsemmel. Katapultier dich nach vorne. Was hat der so einen blöden Einschlag? Hörst du, was soll denn das sein? Schneller auf den Berg rauf. So, Dala. So zäh, dieses Auto. Aber das könnte sich ausgehen auf den ersten Platz. Schneller. Na. Jetzt habe ich es, glaube ich, auch geschenkt in dieser Kurve. Nein. Brems bitte. Na. Nein. 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 So eine Kacke. So eine Kacke. Aber jetzt haben wir bald genug Geld fürs Tuning. Danke für diesen Einfluss. 10.000 gehört uns. Okay, ich habe dich in die nächste Runde der Horizon-Straßenrenn-Serie aufgenommen. So wie du fährst, ging das ja gar nicht anders. Aber sie geht erst im Herbst los. Kannst du dich bis dahin anderweitig vergnügen? Ja, das wird schon gehen. Wow. Du siehst Frankie Beaumont zum Verwechseln ähnlich. Ich bin Joel Carter. Horizon-Fahrerbeziehung. Pass auf, ich habe einen Job für dich. In der Nähe wird ein Film gedreht und die brauchen einen Standfahrer. Ist etwas kurzfristig, ich weiß. Aber was sagst du? Normalerweise läuft es nicht so, dass ich ein Gefallen von dir brauche. Aber komm zu mir, sobald du kannst. Und ich stelle dir Mike Steele vor. Er ist im Filmbusiness. Sicher. Das machen wir doch. Na, es geht nicht auf Start zu drücken. Das gibt's nicht, oder? Wieso packt das so hart? Egal, dann werden wir den Radiocentern nicht wieder anfassen, bis sie das gepackt haben, gepackt haben, ja, gefixt haben. Ah, da unten war das ja. Scharf rechts abbiegen. Los geht's. Aber zum Glück haben wir die Anna. Die wird uns den Weg leiten, hoffentlich. Zu dem richtigen Event. Je, verdammt, wieso kann ich das nicht niederfahren? Da bist du ja, der zukünftige Filmstar. Wohl kaum der versprochene Doppelgänger. Ist das dein Ernst? Sie könnten Zwillinge sein. Ah, wird schon reichen. Ich bin übrigens Mike Steele. Heute filmen wir eine Fluchtszene. Fahr rüber nach Broadway, wir haben da schon alles aufgebaut. Hoffentlich geht das nicht in die Hose. Nix geht in die Hose. Okay, ab nach Broadway. Und gib Gummi, ja? Wir wollen die Szene bei Tageslicht im Kasten haben. Wenn man einen Fremdner, einen Bugatti Giraud in die Hand drückt. Da geht nie was schief. Wow, verdammt. So, geht schon. Fahr mal. Na, was ist denn los heute mit mir? Ich bin zu übermotiviert, glaube ich. Schon hier? Das war schnell. Okay, dann bereiten wir mal alles vor. Okay. Das wird ein Sprung ins kalte Wasser. Aber zumindest den Look hast du drauf. Das wird eine klassische Verfolgungsjagd. Der Held wird von einem Jet gejagt und entkommt mit einem Sprung durch eine alte Windmühle. Frag nicht. Wenn du so gut bist, wie Joel behauptet, wird das ein Klacks. Und immer schön atmen. Nur nicht die Kontrolle verlieren. Ich begleite dich Schritt für Schritt. Alles wird gut. Du schaust nach links, aber bleib auf dem Gas. Der Volker passt halt los. Voll Gas. Ja, der Böse sitzt in dem Jet. Na und? Halte du nur die Mäser im roten Bereich und zeig vielleicht ein paar Ausweichmanöver. Schneller. Der Schurke ist vorbeigezogen und unser Held ist in Sicherheit. Das Erste. Gut. Das ist gutes Material. Nicht locker lassen. Nicht locker lassen. Jetzt kommt der Sprung. Der Sprung ist blockiert. Also musst du querfeldein fahren. Hier wird später noch was reingeschnitten. Ein abgestürztes Alienraumschiff oder so. Der Bereich, in dem wir filmen, ist gekennzeichnet. Okay. Fahren die Startmarkierung. Drück aufs Gas. Voll Gas. Komm bitte über 300 Meter. Ignorier die Kamera. Guck mal, wie ihr helft. Na. Keine 300 Meter. Damit haben wir es im Kasten. In der Demo hat es geklappt. Du hast es überlebt. Schaffst du sowas nochmal? Ich gebe den Leuten vom Casting deine Nummer. Die rufen an, wenn es noch einen Job gibt. Egal. Das haut schon so hin. Zum Glück drei Sterne. Dann passt das schon. Und wir kommen immer näher den Herbst. Hallo Manuel. Alle reden davon, dass du eine Rolle in einem neuen Film bekommst. Denk daran, dir genug Zeit für die Teilnahme an der Herbst-Saison zu nehmen. Wenn du erst einmal reich und berühmt bist. Haha. Du bist Alex, einem unserer Horizon-Superstars aufgefallen. Er sucht nach neuen Fahrern für seine Dirt-Renn-Serie. Dann werden wir da hinziehen, oder? Sodala. Und dann werden wir den Fokus tunen nach dem Rennen. Und dann schauen wir weiter. Dann kommt ja bekanntlich ein Straßenrennen. Und das können wir dann mit dem Fokus fahren. Rechts abbiegen. Schneller. Schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller, schnell. Wow. Wow. gerade noch mal glück gehabt veranstaltung starten okay unser freund da drüben wird dir neue reifen verpassen komm nach dem rennen zu mir wenn du noch etwas brauchst du bist ich habe von instanz gehört die du für Joe abgezogen hast du weißt wie man fährt oder Entschuldigung ich bin Alex und auf dem Festival für Dirt Rennen zuständig Apropos dafür brauchst du das entsprechende Auto der Alex ja danke dann nehmen wir das die Kost vor Ort besser geht's fast nicht es war getestet ob du es glaubst oder nicht sicher wollen wir einsteigen dann fahren wir mal volle Kanüle komm schon starten wir ich bin noch immer fasziniert von den Reflektionen in die Scheinwerfer so lässig und cool komm schon lasst mich vorbei weg da komm schon Bruder lass mich vorbei ich bin noch ein elegante ein 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 Schlellaaa Oh verdammt Ein klassischer Fahrfehler Schnell wieder auf das Tempo Aber es ist einfach so krass Wie sie die Fahrphysik, die Grafik und einfach alles nochmal geändert haben Also was ich noch dazu sagen wollte, weil wir gerade Grafik reden Ich spiele auf den höchsten Settings Also die Settings, die gehen, spiele ich auf extrem Und alles andere hat Ultra oder Hoch, je nachdem Alles bis auf den Anschlag Und mein Setup könnt ihr euch in der Videobeschreibung anschauen Also das sind die Voraussetzungen für ein Gameplay auf der höchsten Videostufe in Full HD natürlich Also auf 4K spiele ich auch nicht Und wenn man sieht, es läuft flüssig Also werde ich auch über 60 FPS haben Weil ich hab den, den Begrenzer habe ich da auf unlimitiert geschalten Also die Synchronisation habe ich ausgeschalten Das erste Rennen, das wir gewinnen 100.000 hätten wir schon mal Stufe 2 Stufe 2 Nice Sieht aus, als hättest du dich schon fast für die Herbstsaison qualifiziert Denk daran, je mehr du fährst, desto mehr Einfluss erhältst du Oh, der erste Wheelspin Rücken wir die Daumen Ja Also es gibt schlechtere Sachen Hey, hab viel Gutes über dich gehört Oh, sorry, ich bin Jay Ich hätte da vielleicht was interessantes für dich Ein Straßenrennen Sieh's dir einfach mal an Vielleicht laufen wir uns ja da über den Weg Achso, na Dann müssen wir zuerst zum Festival Man kann doch immer keinen Wegpunkt zum Festival setzen Eine Scheiße ist das Aber vorher werden wir das Bonus-Schild noch mitnehmen Da steht er da in einem Vorgarten Da Kira hat mir von den Dingern erzählt Zerstöre eine Schnellreisetafel und du bekommst Rabatt auf den Horizon Schnellreiseservice Zerstöre sie alle, dann trägt das Festival deine Kosten komplett Gut zu wissen für unsere Abenteuer Wow, Mauer So So, und ab in den Fokus Meine Autos Fokus Einsteigen Und natürlich passen wir ihn jetzt an Also, das ist ein Fuhrpark, wie du siehst Hier kannst du an deinen Autos arbeiten Soweit alles klar? Willst du das Innenleben deines Autos komplett umgestalten? Hier ist alles, was du dafür brauchst Willst du die Aerodynamik deines Autos anpassen? Das kannst du hier tun Nehmen wir den kleineren Der ist zierlicher Und das wichtigste Hier wechselst du deine Reifen und Felgen Nehmen wir mit Beschriftung Maximale Breite Nahfrost Maximale Oder? Egal, machen wir maximale Felgen Nehmen wir zweiteilige Felgen Und da ist noch die Frage, welche wir nehmen werden Die hätten halt auch was Aber ich glaube, wir nehmen diese 1552 Oder die Na, nehmen wir die Die schaut groß genug aus Für unsere Zwecke Na Lassen wir so auf dieser Größe Hier kannst du an deinem Antrieb basteln Damit du die ganze Kraft auch auf die Straße bringst Antrieb Alles rein Bremse Alles rein Dann machen wir Ein Rennfahrwerk Kein Trifftfahrwerk Gewichtsreduzierung Das sind Motoren-Upgrades Wenn du unter der Haube etwas ändern willst Komm Vollgas Alles was geht Also unser erstes voll aufgebautes Auto Und so viel kostet der Spaß 435 kW In einem Focus RS Das ist schon mal nicht schlecht So, jetzt werden wir gleich die Farbe ändern Wo kann man das machen? Achso, zurück Designs und Lackierungen Licht nochmal anzeigen Brauchen wir nicht Auto lackieren Farbe Oh, das nehmen wir in den Grau Scheiben können wir ein bisschen tönen Felgen Spezialfarbe Uhuhu, Stahl halb gehen Würde auch ziemlich geil aus Aber nehmen wir das Aluminium Weil das können wir ganz dunkel machen Ja Das schaut dann so richtig geil aus Das schaut dann so richtig geil aus So, Carbon Spiegel Kappen können wir auch noch drauf klatschen Heckspoiler Komm, hauen wir auch Carbon drauf Dass wir ein bisschen Einen Kontrast drin haben Gut, für aktuelles Auto speichern Hauen wir uns raus auf die Straße Und fahren wir weiter Ich hoffe, jetzt funktioniert das mit Start Es funktioniert natürlich nicht Warum funktioniert das nicht Also da gibt es keine Start Verdammte Kacke Achso, tunen Tunen müssen wir auch ein bisschen Weil wir können den nicht auf Start drücken Deswegen kann man nicht tunen Tuning Nicht nochmal Reifendruck reduzieren Reifendruck reduzieren Ausrichtung so So Bisschen mehr nachgelaufen Und nach Spur Nachschlaufe Ja, ist ein Nachlauf Ganz blöd schon Da klatschen wir so runter Bremse, passt Hinten, mach mal Na, mach mal voll Mach mal da auch 100 Mach mal da auch 100 So, sollte das passen Würde ich mal behaupten Kira Heute an, nach Ich will Rennen fahren Manuel, ich habe deine Route zu einem neuen Straßenrennen geplant So eine krasse Scheiße dieses Auto Und vor allem, es geiler ist, die Tuning von Forza Horizon 3 Funktionieren auch ohne Probleme in Horizon 4 Ich meine, man kann es ein bisschen mehr anpassen Aber so im Groben passen sie sehr gut in dieses Spiel Manche Sachen sind halt Muss man noch ändern, weil eben die Fahrphysik geändert wurde Aber So als Basis kann man es durchaus nehmen In 200 Metern links abbiegen Links abbiegen Schneller In 100 Metern hast du dein Ziel erreicht Du hast dein Ziel erreicht Veranstaltung starten Veranstaltung starten Ah, ist schon ein böses Auto Böse, böse, böse Komm starten Komm starten wir Bist du bereit? Bereit? Also, da Oh, du bist es Du hast es also geschafft Ich bin übrigens Jay Alex redet dauernd von dir Wenn du nur halb so gut fährst, wie er behauptet Werden dich die Jungs hier lieben Aber bevor wir anfangen, solltest du eins wissen Das Festival sieht das hier nicht unbedingt gern Also erzähl Kira nichts davon, okay? Ich muss los Viel zu tun Aber wir sehen uns ja Komm einfach zu den Treffen, auch wenn es sie offiziell gar nicht gibt Ich sorg dafür, dass jeder auf dem Horizon weiß, wer du bist Und jetzt ist er wieder ins Auto reingelaufen Viel Spaß, okay? Wie in der Demo auch schon Das Auto ist so heftig Die Frage ist nur, ob wir jetzt anstinken können gegen die anderen Oder ob wir es mit dem Tuning übertrieben haben Was? Warum kann ich nicht zurückspulen? Heißt, ich kann gar nichts mehr machen Was soll? Ich glaube, ich werde mir noch einen neuen Controller Vielleicht besorgen Oder meinen alten Testner Weil ich glaube, der Irgendwas passt da nicht mit den Einstellungen Also wie wenn er nicht finden würde, den Controller Komm, steig ins Gas Dann müssen wir einen gescheiten Platz noch rausholen Komm 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 Schrella! Nein, das wird nichts mehr, glaube ich. Uiuiui, zentter. Ach du Schande. Egal. Egal. 4.500 noch. Sicher sehen wir uns. Sicher. Das machen wir. Fahr mal gleich mit dem Fokus. Egal. 4.500 noch. Warum ist da ein Auto gestanden? So, und jetzt Vollgas. In 400 Metern links abbiegen. Route wird neu berechnet. Die Absperrungen wurden bei Gefahrenbereichen aufgestellt. Dann haben Alex und ich diese übergroßen Markierungen aufgehängt. Und fertig waren die Gefahrenschilder. Solange niemand stirbt, können wir noch mehr davon bauen. In 400 Metern rechts abbiegen. Nice. Passt. Rechts abbiegen. Oh, verpasst. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Veranstaltung starten. Und das ist jetzt auch die letzte von der Folge. Dann sind wir nämlich wieder auf gleichem Stand. Und dann werden wir auch das Haus bekommen. Passt. Komm jetzt, das letzte Rennen noch gewinnen. Golf 7R fährt auch mit. 2. 2. 1. 1. 2. 3. an also die Rennreifen funktionieren so gut auf diesem Ort das kann ich mir schon mal für die Zukunft merken im Alli ist ja auch klar war sie funktionieren schlechter als gedacht im Alli ist eh realistisch weil wer fahrt mit sieben es liebt greifen ein Rallyrennen komm schon wenigstens top 3 verdammt nicht mal das geht sich aus erstes gibt es nicht verdammt 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 egal wir nehmen das jetzt so hin und sind im Herbst angekommen aber das erst in der nächsten Folge wenn euch dieses Video gefallen hat lass einen Daumen nach oben da abonnier zu unserem Channel sicher bleibe ich gern bis zum Herbst gut passt also abonnier zu unserem Channel und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder tschüss bis 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 zum nächsten Mal.